los stirbt steht mein pferd noch was lebt noch gott sei dank wird ich echt sauer wenn er jetzt mein pferd abgeschossen hätte wäre ich sauer geworden so wakin hat noch full life bleibt da ja stehen mein stolzes pferd ich muss mal kurz die festung bländern herrchen ist gleich wieder da gleich wieder zurück der nordmann feiler ich verschieße übrigens gar die guten tollen feile hammer so eine hier gold amulett das wertvolles kann verkaufen jetzt geht es hier noch in der schmiede schmiede benutzen muss jetzt kann ich unbedingt sein ich würde eher sagen wir gehen mal hier das teil blündern festung crowmore sagt mir irgendwas und kenne ich die festung habe ich schon mal drin war habe ich schon mal erobert nein dass ich gehört weitermachen ich werde euch fern lol ihr habt ihr keine ehre geweckt noch ein heiltank das nicht noch ein heiltank und dann drücken wir schnell y und machen einen drachenstoß haha drachen schrei gemacht opfer alten kriegshammer der macht 25 schaden den nehmen wir dann auch mal mit so sehr schön äh gab es hier noch irgendwas heiltrinken oder so was trinke sind manchmal wow ein mark hier oh mein gott hab ich gar nicht gesehen eben vielleicht soll ich echt mal speichern mal sehen wozu ihr fähig ich wollte gerade einen tachtenschein machen aber ich glaube der ist noch nicht äh wieder fresh es dauert jetzt einen moment bis der sich äh regeneriert hat boah ich hasse magia so aber auch der magia ist da angegangen so den hatten wir schon da noch ein bisschen gold zauberbuch eisenhaut müssen wir gleich mal lesen die bücher das ist alles skill nautmannsfall schlagendes schild so jetzt gehen wir erstmal ein bisschen ah da hinten ist noch jemand wir gehen erstmal lesen objekte bücher eisenhaut funken und das drachenblut das kennen wir schon hä ok agnes ich kochelputze und tue alles was man sonst noch von mir verlangt in dieser festung herrscht ein reges treiben schwer zu sagen wem gerade die festung gehört die eine seite erobert sie die andere ergreift die flucht ich sage dann immer nur ich bleibe hier ich gehöre zu mir spontan würde ich sagen das ist meine festung meine lieben ich hab sie mir gerade erobert direkt achst mit goldbeutel woran gehen wir mit was gibt es ja nur diese schwänze die bräuchte ich euch mal keine heiltränke oder generell keine tränke von daher muss ich die eigentlich auch nicht mitnehmen so was haben wir hier noch geht es wieder nach oben da geht es wieder nach draußen nach himmelsrand ich bin voll ausgelöst um es zu merken was haben wir hier uhu das bietet wenn nicht die Akademie der Verbrecherlohn Kekker von Kramer Kekker von Kramer Kekker von Kramer Kekker von Kramer Er kommt schon. Er kommt schon. Er kommt schon. Er kommt schon. Hallo, ist mal wieder meine Pfeile wieder der Opfer? Loll So, gucken was es hier noch gibt Was es hier noch Gegner gibt Da liegt ein Toter, da ist gar nichts Ich hasse Mark, ja Komm, ich kann wieder Drachenschrei machen Komm, ich mach Drachenschrei Wo bist du? Doch, ich kann dich zurückwerfen Ja, dann komm Haha Hat dich genutzt, meine Liebe Iiii Troll Trollfell Äh, Fett Loll Zombies erwecken Geil Zombies, Zombies Öffne das Inventar, um eine Stufe aufzusteigen Gesundheit, Gesundheit Verbessern Talente Ja, dann erstmal schießen, verbessern Verzauberung, nein Schießkons, da wollen wir hin Hallo? Jaaa Schießkons Und schnell noch das Buch lesen, was ich gefunden habe Ähm, sonstiges Bücher Funken? So Jetzt können wir wieder nach oben jumpen Wundert mich, dass der Ausgang vom Dunschen nicht dahinten muss Der täterische Prinz ist wahnsinnig Wie heißt der Shagorath? Shagorath? Sagt mir noch irgendwas Oh, oh, es ist Bubu Angst Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist Da hab ich Angst Wo bist du, Dova King? Äh, Dunedain Ich hab mein Pferd Dunedain genannt Oha Hey, der Länge lässt küsen, wa? Ah, da unten sind wieder so ein paar kaiserliche Wachen Nee, doch nicht Wollte schon sagen, die könnten wir eigentlich mal abschlachten Bestimmt episch So, jetzt gehen wir mal in J Unser Tagebuch Finde die Rot-Vadorin Weg der Stimme Sprich mit den Graubärten Die Graubärte haben mich in ihrer Haben mich in ihr Kloster Hochhugard Auf dem Hals der Welt gerufen Offenbar haben sie von der rätselhaften Macht erfahren Die durch das Töten des Drachens Frau Weislauf Erlangt habe Äh, vielleicht sollten wir die Karte mal auf der Quest markieren Und sollten da hinleiten Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das am Anfang schon ziemlich früh gemacht hätte Im ersten Mal spielen Hochhugard, das liegt irgendwo hier Auf dem ganz hohen Felsen Dazu muss man aber nach Iwasch.com Sprich mit den Graubärten Hochhugard Das heißt, man muss ganz hier hinten rumreisen Aber wir können es mal versuchen Da müssen wir an Windhelm, glaube ich, vorbei Aber ehrlich gesagt spricht nichts dagegen Da schon ziemlich früh im Spiel hinzureiten Ich wüsste jetzt gerade nichts, was uns davon abhalten sollte Zu den Graubärten zu gehen Aber es dauert fast eine Stunde die Reise bis dahin Und ich glaube, der einfachste Weg ist Richtung Windhelm zu reiten Und dann wieder Richtung Süden So habe ich es, glaube ich, damals gemacht Wir versuchen es einfach mal Wenn nicht teleportieren wir uns wieder nach Flusswald zurück Weißlaufen eigentlich, nicht Flusswald Ich verspreche mich immer Komm schon, Leiter, 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 Doberkin Doberkin, 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 Noswali Also wenn wir Gegner finden, dann werde ich auch ziemlich viel kämpfen Weil das erhöht unseren Skillwert natürlich enorm Also wie gesagt, wir müssen jetzt hier um diese ganze Hügelkette rumreiten Und dann auf den Um Fuß des Berges anfangen Den Weg hochzuklettern Da gibt es Eistrolle und da sind Zeugs Diese, ähm Nicht Ogre, wie heißen die Ah, die haben einen ganz bestimmten Namen Ich komme jetzt gar nicht drauf Gibt es da sau viele von Oh, da läuft eine Wache Töten, töten Honigbauer entdeckt Ich weiß gar nicht, ob der eine Quest hatte Ich bin mir gar nicht sicher Ich glaube aber eh nicht Ich glaube, der hatte keine Quest Das kennt der gar nicht, Questen Hui Ein Wolf Na komm her, du doofen Wolf Ich töte mein Pferd, dann töte ich dich Ich glaube, der hackt Ich weiß gar nicht mehr, wo man die Lebensenergie von Äh Dem Pferd sehen kann So, was haben wir denn da vorne? Wer bist du? Hä? Oh, den wollte ich doch gar nicht angreifen Dieses Mal werde ich euch verschonen Aha Hört mal, ich will nicht schon wieder mit euch zanken Die besten Geschichten sind die, in denen es um Armeier geht Loll Tja, leider nicht Aber wenn ihr eure Für einen großzügigen Reisenden Aber natürlich Was würdet ihr denn gerne hören? Möge es mir Segen mit euch sein Der kann also nicht das Drachenblut naht spielen Ach doch Naht Wahrlich, wahrlich Das Drachenblut naht Er kann es also doch Mit machtvoller Stimme Nach Alter Blut naht Glaubt mir, glaubt mir, das Dracht Blut naht Schaut euch das Leuchten der Festung an Drachenfeste Wie schön sie leuchtet und schimmert Herrlich Es lebt die Legende, das Drachenblut naht Das Drachenblut naht Das Drachenblut naht Boah, voll in den Mund geschossen, ey OMG Es lebt die Legende, das Drachenblut naht Das Drachenblut naht Das Drachenblut naht Das Drachenblut naht Oh, da vorne kenne ich auch Da ist ein alter Wachtturm oder sowas Da erinnere ich mich noch gut an Das ist in der Nähe von Windhelm Da gehen wir auch nicht rein, weil das ist Später in der Quest Jetzt weiß ich nicht mehr, was sinnvoller ist Unten langzureiten oder hoch ins Gebirge Da kann man die Karte anschauen Halt Hier ist es also sinnvoller Geradeaus weiterzureiten An dem Hauptweg Und dann später nach Süden abzubiegen Das heißt, wir folgen erstmal hier dem Flusslauf Und biegen dann südlicher Richtung ab Das ist am einfachsten Das Drachenblut naht Das Drachenblut naht Baldheimer Terme entdeckt Da gehen wir jetzt noch nicht rein, weil das ist ein Auftrag, den man später glaube ich in den Wintermen bekommt Deswegen lassen wir das mal Geht jetzt dahin, was die Karte uns zeigt Wir wollen ja hier noch Dingens nach oben wo troppert immer noch immer auch aussprechen aber kein pferd hat sich gerade wehgetan wir sind gleich in den wollen auch gar nicht nach winter wir wollen auch hoch vorwart den körperten die vorlagern hoh vora sag mich du bütter wollen hallo kannst du bitte meine pferde lohn lassen wolf äh ich sag's mal so ihr zwei hübschen euch ist nicht mehr zu helfen deswegen hau ich ja mal schnell wieder ab boah hier die ecke kenn ich gar nicht mehr so das ist gar nicht mehr was hinten alles ist in der ecke boah ich bin schon an der quest vorbeigeritten das heißt wir müssen jetzt hier vorne scharf nach rechts reiten das drachenblut naht wir können mal hier auf den wegweiser schauen ja das ist der richtige weg ich weiß gar nicht mehr geht zu uns gebirgern ich weiß gar nicht mehr geht zu uns gebirgern wer führt uns denn die markierung hin in den tod in den sichereren tod weil hier oben ist irgendein wasserfall da wollte ich eigentlich gar nicht hin ist auch irgend so ne höhle oder sowas da wollte ich eigentlich gar nicht hin wir halten mal hier lang wir werden schon wieder verfolgt von wölfen geht weg wölfe lasst mich jetzt muss ich ja aufpassen dass wir gleich hier nicht abstürzen hey was ist da unten für ne wacht was ist das denn ok ich bin ein bisschen das ziel hinaus geschossen wie ihr sehen könnt das heißt wir müssen wieder nach unten reiten völlig falsche ecke boah lol mein pferd ist gerade tot gegangen oh jetzt bin ich mal gespannt wo wir gespeichern haben ach der steht wieder auf lol aber das geht nicht jetzt mein pferd tot ich will mir nicht schon wieder ein neues pferd kaufen müssen ja wir laden das neu ich hole mir doch nicht schon wieder ein neues pferd hallo das gab mir zwei tage alter das pferd jetzt kann ich schon wieder daumen gegangen werden omg wo ist mein pferd deaderische binz der zu einem albträumen bösen ohm alles böse ohm ein held ein held ein held nach kriegeherzen fragt wahrlich wahrlich das drachenblut naht mit machtvoller stimme nach alter nordart glaubt mir glaubt mir das drachenblut naht die feinde von himmelsrand finden ihr ende weh weh euch das drachenblut naht zum lichtbart das dunkel es lebt die legende für wahr für wahr das drachenblut naht a hero a hero a hero a hero claims a warrior's heart im i tell you i tell you the dragonborn cam mit die drachenblut die blut und die blut die blut und die blut die blut des glute die blut Vielen Dank.